So, wir gehen rein in das nächste Video und wir schauen uns an von Tommys lehrreiche Lehrfilme Schluss machen. Tommys seriöse Survival Guides. Und da bin ich mal gespannt, vielleicht gibt es hier den perfekten Guide, damit wir endlich mit unserem Partner, unserer Partnerin, unserem Liebsten oder Liebsten Schluss machen können. Das ist Heinrich der Achte. Heinrich hat keine Lust mehr auf seine Frau, weil sie ihm keinen männlichen Nachfolger gebärt, weshalb er das für ihn einziges Logische tut und sie köpfen lässt. Ja, das klingt logisch. Da wir aber nicht mehr das 15. Jahrhundert haben und zum Glück in keinem dubiosen Gottesstart leben, ist Heinrich ein ziemlich schlechtes Beispiel für das heutige Video, weshalb wir uns ein aktuelleres suchen. Also, das hier ist Peter. Peter hat keinen Bock mehr auf seine Freundin, weil diese die letzten... Okay, wie würdet ihr Schluss machen, Chat? Sagen wir, ihr habt eine Freundin, ein Freund, ihr seid jetzt ungefähr ein Jahr zusammen und die Luft ist einfach raus. Es ist einfach nicht. Wie würdet ihr Schluss machen? Mit Kissen, Aschstecken, per SMS, Whatsapp, so wie ich kündige, quite quitting. Und dann rennen. Ehrlich miteinander reden? Ja. Nach Südafrika auswandern. Einfach ghosten. Ich geh kurz Zigaretten holen. Okay, schauen wir mal, was Tommy hier so für Ideen hat. Drei Jahre mehr Masse zugelegt hat als im... Ich hab ja mal, ich hab mal mit nem... Also, ich sag ja immer, dass ich nur eine Beziehung hatte, aber das stimmt gar nicht. Ich hatte mehrere Beziehungen in meinem Leben, aber ich hatte halt eine richtige Beziehung. Aber ich hatte so ein paar Kindheits-, Jugendbeziehungen. So Beziehungen, die so eine Woche gingen, in denen man irgendwie so ein bisschen miteinander abgehangen hat nach der Schule mal bei Maggie oder so. Also, so ein paar Kinderbeziehungen hatte ich. Und einmal hab ich Schluss gemacht per SMS. Da gab's, glaub ich, noch kein WhatsApp. Da hab ich per SMS Schluss gemacht. Da war ich mit jemandem zusammen und ich... Das war's einfach nicht mehr. Wer ist Maggie? Achso, Maggis. McDonalds. Ich sag hier Maggie. In München sagen wir Maggie dazu. Ähm, da hab ich per SMS Schluss gemacht. Aber aus einem noblem Grund. Ähm, der war auf Klassenfahrt zu der Zeit. Der war halt in, ähm, einer Klasse über mir. Also, eine Klassenstufe über mir. Und der Jahrgang war grad zur Klassenfahrt irgendwo in einem anderen, in einem anderen Land oder anderen Stadt. Ich glaub, in einem anderen Land. Und dann, ähm, dachte ich mir so, hey, ich will nicht mehr mit dem zusammen sein. Wie... Da ist einfach... Da ist keine Connection. Ich fühl's nicht. Und dann mach ich doch einfach so per SMS mit dem Schluss. Dann kann er da noch so sein Leben leben auf der Klassenfahrt. Dann kann er... Vielleicht trifft er da jemanden. Äh, kann da noch jemand anderen daten. Und das mir, bevor der jetzt irgendwie, äh, in der Beziehung hängt. Und dann irgendwie in einem anderen Land ist, äh, und sich zurückhält. Mach ich doch einfach per SMS mit dem Schluss. Und ich glaube, das war nicht so cool. Ich glaube, der war... Der war dann ein bisschen... Das... Ich glaube, die Klassenfahrt war einfach danach nicht mehr so nett. Ich hatte wirklich einen netten... Ich hatte... Also, mein Gedankengang war nett, aber... Äh, die Umsetzung war wahrscheinlich eher scheiße. Bodybuilder nach einer Testokur und deshalb mittlerweile so aussieht, wie eine der grimmigen Kreaturen, die im Film Der Herr der Ringe Belagerungswerkzeuge nach Minners Tiere ziehen. Und er befürchtet, dass er im Laufe des nächsten Liebesspiels unfreiwillig das Zeitliche segnen würde. Doch wie soll Peter seiner Holden Maid diese bittere Nachricht denn nun überbringen, ohne der Gefahr zu laufen, mit einer gekonnten Bodyslam-Attacke auf Pflegestufe 3 katapultiert zu werden und die letzten Jahre seines Lebens als Cosplayer eines abstrakten Gemäldes zu fristen. Nun ja, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Tommys seriöses Survival Guides. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie man denn jetzt richtig Schluss macht, wollen wir einmal schauen, warum Menschen denn jetzt eigentlich noch so Schluss machen. Nun ja, einer von mir gefälschten Studie zufolge gibt es hierfür... Jo, ich mach Schluss. Viel Spaß noch auf der Klassenfahrt. Küsschen. Vier als Hauptgründe zu benennende Faktoren. Erster Trennungsgrund. Die Honeymoon-Phase läuft aus. Unter der Honeymoon-Phase versteht man Primatenforschern zufolge jene bis zu zwölf Monate andauernde Beziehungsphase, die auf das erste Kennenlernen folgt, bricht die ersten Monate einer Beziehung. In dieser Phase laufen die Hormone amok, man legt das Paarungsverhalten von Beutelmäusen an den Tag und blendet vor lauter... Stundenlanger Sex, bis die Männchen tot umfallen. ...positiven Emotionen alle Faktoren an seinem Partner aus, die mit den eigenen Lebensvorstellungen in etwa so sehr miteinander Hand in Hand gehen, wie Detlef und Katharina hier. Wenn die Hormon-Party dann aber irgendwann gesprengt wird, fangen Menschen an, auf einmal alle zuvor ausgeblendeten Eigenschaften ihres Koop-Partners zu erkennen, die dann auf Dauer doch nicht so kompatibel mit einem selbst sind, wie zum Beispiel Faulheit, Mangel des Anpassungsvermögen bzw. Kompromissbereitschaft oder einfach der Fakt, dass sie in ihrer Freizeit League of Legends spielen. Zweiter Trennungsgrund. Der Schnäppchenjäger-Instinkt meldet sich bei einem der beiden Beziehungspartner. Hä, was meinst du damit? Naja, ganz einfach. Es hat sich ein besserer Deal ergeben. Wenn der Partner oder die Partnerin im Laufe der Beziehung einfach langweilig geworden ist oder das eigene Leben stagniert und man sich in einem monotonen Loop gefangen sieht, dann sehnt man sich nach Veränderung. Und wenn halt gerade ein neuer Artikel auf den Markt gekommen ist, der deutlich bessere Stats hat, wie zum Beispiel einen aussichtsreicheren Job, der einem dank finanzieller Sicherheit ein besseres Leben verspricht, dann ist das für einige Menschen Grund genug, um das aktuelle Beziehungsverhältnis zu kündigen, weil warum sollte man Bestehendes über lange Zeit reparieren, wenn man es auch einfach neu kaufen kann? Siehst du, Schatz? Tommy sagt auch, dass es legitim ist, das Kind einfach in die Babyklappe zu stecken, wenn es kaputt gegangen ist. Dritter Trennungsgrund. Kinderwunsch. Es gibt drei Arten von Menschen. Menschen, die auf jeden Fall Nachkommen in die Welt setzen wollen. Menschen, die auf gar keinen Fall kleine Zeitfressende Minimis in die Welt setzen wollen. Und jene, denen es prinzipiell egal ist, weil sie nach dem positiven Schwangerschaftstest ohnehin einfach ihren Ausweis verbrennen und sich illegal ins Ausland absetzen. Wenn jetzt also ein Mensch, der Kinder haben möchte, auf einen Menschen trifft, der dies auf keinen Fall will, dann kann man eine langfristige Beziehung in etwa so sehr knicken, wie ein leichter Windhauch den Glasknochen-Günter hier. Hä? Und schlussendlich der vierteufigste Trennungsgrund. Man wurde beim Fremdgehen erwischt. Was soll ich zu diesem Punkt noch sagen? Scheiße gelaufen. GGWP, no reap. Aber ey, ihr könnt ja immer noch Verwandte bleiben. Geschichten aus dem Saarland. Ey, das ist so stark. Nachdem die häufigsten Gründe zum Beenden einer Beziehung nun also geklärt wurden, beginnen wir einmal mit dem Prozess des Schlussmachens. Und dieser besteht aus zwei Teilen. Erstens, der richtige Ort. Der Ort zum... Oh, ja. Öffentlich. Öffentlich-neutrale Orte. Ja, nicht irgendwie zu Hause in der gewohnten Umgebung. Einfach so öffentlich irgendwo. Willst du vielleicht spazieren gehen? Oder in ein Restaurant gehen? Schluss machen sollte, ebenso wie der Ort des ersten Dates, wohl überlegt sein. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass euch jemand vor Zeugen in kleine Stücke hackt, ist deutlich geringer, als wenn ihr euch mit der Person irgendwo in einem einsamen Park trefft. Wenn die Person, von der ihr euch trennt, also beispielsweise extrem impulsiv ist, dann lohnt es sich immer, das letzte Gespräch an einem öffentlichen Ort durchzuführen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man euch eine extreme Szene macht, beziehungsweise ihr im Laufe des Prozesses der Zeuge eines impulsiven Gefühlsausbruchs werde, dann doch deutlich geringer ist, beziehungsweise wo im Worst-Case-Passanten eingreifen können. Oder zumindest können sie für Live-League lustige Videos davon machen. Ansonsten lohnt es sich, in die Wohnung des Partners zu gehen, um Schluss zu machen. Warum die Wohnung des Partners? Naja, ganz einfach, weil so könnt ihr Schluss machen und euch dann einfach verpissen. Wenn ihr bei euch daheim Schluss macht, dann kann man danach nämlich schlecht sagen, ja, und jetzt geh bitte. Denn das ist unangenehm und echt Zeit fressen. Und Zeit ist bekanntlich Geld. Warum also mit den Problemen von gestern rum ärgern, wenn du in der Zeit, wo du sie tröstest, bereits ein potenzielles Tinder-Match haben könntest? Und außerdem könnt ihr so auch direkt euer Hab und Gut mitnehmen, mit dem ihr bei eurem Partner das Revier markiert habt und müsst auf diese Art und Weise nicht noch einmal so ein peinliches Rematch ertragen, wo man versucht, dem Partner passiv-aggressiv weiß zu machen, dass es einem seit der Trennung doch viel besser gehen würde. Das macht man nämlich eh viel besser, indem man seine Instagram-Stories mit Hashtags wie Freedom und Love Yourself und so weiter vollballert, während man sich beim Yoga auf einem Berg in Indonesien fotografiert. So. Nachdem wir nun also festgestellt haben, dass ein verlassenes Ferienlager mitten im Wald nicht zwangsläufig der idealste Platz ist, um seinen Partner zu verlassen, kommen wir nun zum zweiten Teil des Schlussmachens. Wir überlegen uns, auf welche Art und Weise man seinen Partner verlässt. Und hierbei hängt das ganz davon ab, aus welchem Grund man sich denn eigentlich trennt. Denn wenn man die Beziehung beenden will, weil alles einfach irgendwie langweilig geworden ist und man im Endeffekt im Guten auseinander gehen möchte, dann verwendet man natürlich andere Methoden, um Schluss zu machen, als wenn man sich trennen möchte, weil der Freund während der Familienfeier in Kooperation mit dem Familienhund einen Rudelbums mit der eigenen Mutter absolviert hat. Also habe ich für diesen Sinn... ...Hallkorn-Hab. Teig-Massage mit Happy End. Two breaths, one cream. Öko-Mutti wird ordentlich vernascht. Feed-Hund-Hasso. ...zweck eine eigene Skala erstellt. Für einen Fall wie den letzten oder für Personen, die unter Umständen Probleme mit ihrer Impulskontrolle haben könnten, wählt ihr die einfache Form der schriftlichen Beendigung eures Beziehungsverhältnisses. Hätte ich auch gesagt. Also für Ärsche, die sich kacke verhalten in einer Beziehung, einfach Schluss machen per Nachricht oder irgendwie da muss man nicht auf die Gefühle achten. Also wenn du jemanden hast, der gewalttätig ist oder der dich betrügt oder irgendwie so andere Sachen macht, da muss man jetzt echt nicht mehr darauf achten, dass man der Person nicht die Gefühle verletzt, einfach per SMS Schluss machen. Oder ein kurzer Anruf. Oder einfach Sachen vor die Tür stellen. Und Schlüsselloch wechseln. Nein, warte. Doch, Schlüsselloch wechseln. Also einfach, wie heißt denn das jetzt nochmal? Tor? Äh, Gehirn, Chaos, Ups. Zylinder, ja. Einfach Schloss wechseln. Schloss, 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 Schloss. Dankeschön. Einfach so Schloss wechseln, Sachen vor die Tür stellen. Reicht. Weil jemand, mit dem es einfach nicht passt, weiß nicht, passt, weil man nicht mehr harmoniert. Da, finde ich, ist ein ehrliches und offenes Gespräch einfach angebracht. Dass man so ein bisschen auf die Gefühle achtet. Auch vielleicht einfach sagt, wie man sich fühlt und dass man nicht mehr glücklich ist oder dass man der anderen Person nur das Beste wünscht. Vielleicht könntet ihr auch telefonieren, aber jeder normale Mensch hasst es zu telefonieren. Deshalb schreibt ihr ihnen einfach einen Text. Dieser kann aus kurzen Sätzen bestehen wie Ja, es hat halt einfach nicht geklappt. Tschüss, haust du rein. Und gegebenenfalls von lustigen Meme-Bildern begleitet werden. Oder ihr macht es aber ganz formal und schreibt Einsame Zukunft mit neuen Katzen. Dein Text wie Sehr geehrter Herr, so und so. Hiermit möchte ich Sie offiziell darüber informieren, dass wir von unserem Sonderrecht Gebrauch machen und planen, die gemeinsame Kooperation mit sofortiger Wirkung einseitig zu beenden. Wir danken Ihnen für Ihre langjährige Mitarbeit und wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Wege. PS, wir haben uns das Recht herausgenommen, Ihren Fernseher als Kompensation mitzunehmen und die Chatverläufe mit weiteren Kooperationspartnerinnen ihrerseits an Ihre engsten Verwandten weiterzuleiten. Mit freundlichen Grüßen, so und so. Die nächste Möglichkeit der Trennung ist insbesondere dafür geeignet, wenn ihr die Gefühle eures Gegenübers verletzen möchtet und eigentlich gar keine Lust darauf habt, ein langwieriges Trennungsgespräch zu führen. Lasst euch einfach beim Fremdgehen erwischen. Bonuspunkte gibt es an dieser Stelle für befreundete Personen des Partners. Ja, ihr seht das gar nicht. Hier, schau mal, KuchenTV. Heiße Singles erwarten dich. Jetzt sofort anklicken. Schluss, daran muss nicht mehr viel kommuniziert werden und die Beziehung endet ohne tiefgründige Gespräche. Da oben ist ja auch, das ist ja auch KuchenTV. Man ergründen muss... Aju, wir wollen heute gehen! Da diese Variante beim Gegenüber zumeist irreparable Vertrauensängste wachsen lässt, wie wochenlanges Nichtwaschen, die lustige Flora und Fauna im Geschlechtsorgan von Oma Hilde hier, ist diese Methode aber wirklich nur dann zu verwenden, wenn die Person, von der ihr euch trennt, ein ziemliches Arschloch war. Kommen wir zur nächsten Stufe. Hier haben wir die klassische Trennung. Man setzt sich zusammen, bricht darüber, was alles schiefgelaufen ist und beginnt dann, sich gegenseitig anzuschreien und Vorwürfe zu machen. Für diese Art der Trennung ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld einen geeigneten Schlachtplan parat legt. Denn Trennungen, die im gegenseitigen Anschreien münden, sind wie eine Partie-Magic. Wenn dein Gegenspieler Argumente liefern will, dann musst du diese Argumente mit schwerwiegerenden Anschuldigungen entkräften. Hä? Okay, du hast die Zeit für mich nie. Machen wir was? Warte. Was war das hier im Moment? Du konterst eine Motzerei oder Anschuldigung deiner Wahl mit einem Schadenspotenzial von drei oder weniger. Die gingen entkräften. Hä? Und was hat das jetzt mit Magic zu tun? Naja, es macht halt keinen Spaß, wenn der Gegner alles countert. Damit du aus dieser Art der Trennung als Gewinner hervorgehst, ist es deshalb wichtig, dass du dir im Laufe der Beziehung bereits immer alles in einer Textdatei notierst, was dein Partner bzw. deine Partnerin denn so alles verbockt hat. Und wenn du keine Argumente mehr hast, dann machst du es einfach wie bei Diskussionen im Internet. Du fängst an, irgendwelche Argumente zu erfinden und gehst dann schreiend weg, wenn die andere Person versucht, diese zu widerlegen. So, soviel zu negativen Trennungen. Wie trennt man sich denn jetzt im Guten? Ganz einfach. Bei Trennungen im Guten gibst du der anderen Person nicht das Gefühl, an etwas schuld zu sein, sondern du spielst den Jesus und nimmst einfach alles auf dich. Man setzt sich also in Ruhe zusammen und sagt dann Phrasen wie Du hast wen besseres verdient oder Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Dadurch zerstört man nicht das Ego der anderen Person, sondern gibt ihnen quasi direkt noch Komplimente mit auf den Weg. Auch wenn es eventuell gelogen ist und ihr einfach nur keine Lust mehr auf diese Pärchen-Spiele-Abende habt und stattdessen lieber oben. Aber das ist auch... Also alles ist arschig. Das ist halt auch Kacke. So, natürlich... Ich finde, so eine Mischung ist ganz gut. Wenn man halt einfach sagt, so, hey, ähm... Es liegt nicht an dir. Zumindest nicht an 100%. Ähm... Ich bin nicht glücklich in der Beziehung und deshalb kannst du auch nicht glücklich sein in der Beziehung. Wir passen nicht zueinander. Ähm... Und du hast auch jemand anderen verdient, der dich einfach besser lieben kann als ich. Und ich auch. Jemanden, der vielleicht besser auf... Weiß ich nicht. Besser zu mir passt als du es tust. Okay, warte, das ist auch voll fies. Aber einfach so ein bisschen so das Gemisch. So beim Selbstfehler finden, beim Gegenüber vielleicht auch so ein paar Sachen erwähnen, die ein Unglück immer... So, so... So ein Mittag... Okay. Ja. Ähm... Das war jetzt vielleicht nicht der beste Satz. Aber lügen sollte man natürlich nicht. Es sollte schon ehrlich sein. Aber man kann halt auch auf eine nette Art und Weise Schluss machen, wenn man das so sagen kann. Aber trotzdem wird es immer... Es wird nie dieses Szenario sein, dass beide aus dem Gespräch rausgehen und sagen, yo, das war jetzt richtig cool. Das hat voll gut getan, das Gespräch. Ähm... Nice. Nice. Ähm... Ehrlich sein, immer wichtig. Aber man kann es nicht vermeiden, dass irgendjemand da dann verletzt sein wird. Also ich habe ja schon ein paar Mal... Ähm... Lügen sagt man nicht. Lügen darf man nicht sagen. Ähm... Ich habe, ähm... Schlusswort ist schon HDR voll. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Ich habe einen besseren verdient. Ich wünsche mir alles Gute auf meinem weiteren Weg. Ich habe damals, als ich mit meinem Freund Schluss gemacht hatte, so geheult dabei. Ich habe einmal, also ich habe ja ein paar Leute kennengelernt. Ich habe ein paar Leute kenn... Ich bin ganz schlecht, ich bin ganz, ganz schlecht in Kontaktabbrüchen. Und es tut mir total leid, aber ich bin halt super, super schlecht in Kontaktabbrüchen. Und einmal hatte ich eine Situation, da dachte ich mir am Schluss, okay, das war wirklich, das war wirklich kacke von mir. Ähm... Das war so kurz nach meiner Trennung. Also kurz nach meiner langen Beziehung habe ich jemanden kennengelernt. Und der war super nett. Der war wirklich super nett. Ich habe mich so gut mit dem verstanden und wir sind auf ein Date gegangen. Und dann haben wir uns halt angefangen zu daten. Und er ist auch zu dem Zeitpunkt, warte ich mal groß, dann werde ich erklärt. Er ist zu dem Zeitpunkt auch aus einer langen Beziehung gekommen. Also wir waren beide frische Singles nach jahrenlangen Beziehungen. Und wurden halt von so einem, einer gemeinsamen Bekannten irgendwie connected. Und dachten halt so, ja, why not? Dann können wir ja mal auf ein Date gehen und gucken, wie es läuft. Und wir hatten beide so dieses Mindset so ein bisschen, okay, wir sind jetzt gerade aus einer langen Beziehung gekommen. Wir haben beide nicht das Ziel, uns jetzt wieder in eine Beziehung zu stürzen. Wir wollen einfach mal so eine gute Zeit haben, so ein bisschen daten, ein bisschen miteinander abhängen. Alles ganz zwanglos, ohne es zu labeln, ohne es zu benennen. Und ja, einfach gucken, was passiert, was kommt. Und dann hat er anscheinend doch ein bisschen mehr Gefühle für mich entwickelt. Und ich halt nicht. Also ich war halt so, ich habe halt gemerkt so, hey, irgendwie baue ich nicht diese Art von Gefühlen auf, dass ich mir eine Beziehung mit ihm vorstellen könnte. Also so nach zwei, drei, vier Wochen habe ich das gemerkt. Und er hat halt gemerkt so, hey, irgendwie entwickle ich doch Gefühle. Und dann, da waren wir gerade irgendwie am chatten. Also ich war bei mir zu Hause, er war bei sich zu Hause und wir haben so ein bisschen geredet. Und plötzlich wurde das Gespräch halt ein bisschen ernster. Und er meinte dann so, hey, ich glaube, ich kann das so nicht mehr weiterführen, weil ich würde gerne, also ich hätte halt lieber was Ernstes. Und ich war so, oh, okay, ja, verstehe ich. Okay, irgendwie so, also ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber ungefähr so. Und dann war so, ja, wir können uns ja auch treffen und da nochmal drüber reden. Und irgendwie habe ich das so falsch verstanden. Also ich dachte so, er schlägt mir jetzt vor, dass wir uns treffen können, aber ist nicht so nötig. Und dann war ich so, anstatt irgendwie zu anfangen so, ja, lass uns super gerne noch darüber reden und treffen, war ich so, ja, nee, passt schon. Wir müssen nicht weiter drüber, ist okay, ich verstehe. Also so passt schon. Und dann haben wir nie wieder miteinander geredet. Und das tut mir halt, das hat mir im Nachhinein so leid getan, weil ich irgendwie dachte, oh, vielleicht habe ich, also vielleicht war das falsch. Vielleicht hätte ich da doch irgendwie ja gesagt. Ja, weil ich halt einfach schlecht, ich bin wirklich manchmal schlecht in solchen Situationen. Das hat mich total, ich habe die Situation so falsch gedeutet, dass ich halt irgendwie gemeint habe, so, ja, nee, passt schon, passt schon, müssen wir nicht machen. Und dann so später dachte ich mir, hey, eigentlich, eigentlich war das Kacke. Eigentlich war das Kacke, eigentlich hätten wir uns noch treffen müssen. Tobias, hi, was geht. Kann mal passieren, I guess. Ja, ja, ja. Sag ihm doch gleich, du bist wie ein Bruder für mich. Es war wirklich gar, ich meinte das auch gar nicht so böse, aber manchmal stehe ich einfach ein bisschen auf dem Schlauch, was gerade sowas angeht. Ohne in der nächsten Taverne zu den neuesten Mittelalter-Hits abfeiern wollt. Mittelalter. Soviel zu meiner persönlichen Trennungsarten-Skala. Schwerer wird das Ganze natürlich, wenn man auf die dumme Idee gekommen ist, zuvor den Bund der Ehe und Ehevertrag einzugehen oder kinderähnliche Wesen in die Welt gesetzt zu haben. Kinderähnliche Wesen. Weil dann geht es darum zu streiten, wer denn jetzt die Kinder nimmt und wer seine neu gewonnene Freizeit tatsächlich nutzen kann. Aber das klärt man dann vermutlich besser vor Gericht. Oder man macht es wie ein normaler erwachsener Mensch und pokert um das Sorgerecht. Okay, ich biete. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Stark. So, und wenn ihr jetzt denkt, wow, endlich weiß ich, wie ich mich richtig trennen kann. Aber wozu brauche ich das denn? Weil die Wahrscheinlichkeit, einen Partner zu finden, ist bei mir in etwa so groß wie der Durchschnittsschwanz auf einer KKK-Rallye. Dann gönnt euch doch einfach mein Video zu dem Thema Das erste Date, wo ich euch auch erkläre, wie man schnellstmöglichst einen Partner erhält. Stark. Also die Videos von Tommy, die mag ich echt gerne. Die sind wirklich gut. Sehr gut geschnitten auch. Und der Humor ist halt auch genau, also trifft meinen Humor.